Hallo, ich bin Tom Oberländer. Wir bewirtschaften 800 Hektar im Land Brandenburg. Wir haben mittlerweile seit drei Jahren eine 6 Meter Kelly, haben uns wegen der ausragenden Arbeit eine 12 Meter Kelly angeschafft, weil wir komplett fluglos arbeiten, voll ökologisch, und wir nach unserem Empfinden keine andere Maschine gefunden haben, die alle Flächen komplett schneidet, ohne tief in den Boden eindringen zu müssen, womit dann auch deutlich weniger Wasser verloren geht. Und haben uns deswegen für eine Kelly-Ecke entschieden, weil die einfach für rausragend gearbeitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017